Hallo, ich bin Dirk Kreuter und ich bin aktuell der erfolgreichste Verkaufstrainer in Europa. Wir machen Veranstaltungen mit bis zu 10.000 Teilnehmern. Das ist das, was du im Hintergrund so siehst, die Dortmunder Westfalenhalle. Und für meine großen Events, aber auch für meine Seminare, brauche ich immer mal wieder Aktivpausen, dass die Teilnehmer den ganzen Content auch wirklich verarbeiten können. Und dafür nutze ich jetzt schon seit mehreren Monaten den Andreas. Andreas Trienbacher ist in meinen Seminaren immer wieder eine große Bereicherung, weil er den Teilnehmern eine Menge Energie wieder zurückgibt. Wenn der Kopf voll ist, dann kommt er und er lässt sich immer etwas auf die Location passend, auf die Teilnehmer passend einfallen. Also wenn da ein Haufen Leute im dunklen Anzug sitzen mit Krawatte, da kannst du natürlich nicht irgendwelche Übungen machen, bei denen die nachher nass geschwitzt sind. Und er achtet immer darauf, dass es dem Publikum gut geht. Und das ist auch so, das Publikum liebt ihn. Wenn er von der Bühne geht, bekommt er Standing Awations. Also die Leute, die Leute lieben ihn. Ich liebe ihn auch, weil er einfach perfekt abliefert. Und nicht nur auf der großen Bühne, sondern auch im Fitnessraum. Ich habe mit ihm jetzt auch schon Personal Trainings gehabt. Und ich habe vorher schon eine Menge gewusst, wie man bestimmte Übungen macht und wie man Übungen kombiniert, worauf man achten muss. Aber bei Andreas lerne ich jedes Mal noch was Neues. Also jemand, der wirklich absolut kompetent ist, auf der großen Bühne, aber auch im One-to-One. Von daher, von Herzen empfehle ich Andreas, wenn es darum geht, dass du fitter werden willst.